Ich bin hier an einer technischen Zeichnung im CAD. Wenn die gut kommt, kann das nachher der Mechaniker in der Werkstatt herstellen. Was mir persönlich bei NRS und Haus am meisten gefällt, sind zum Beispiel die flexible Arbeitszeiten. Das heisst, ich komme am 7. Jahrmorgen und darf dafür auch schon wieder am 4. Jahrhundert gehen. Das heisst, ich kann dann auch noch meinen Hobbys nachgehen, wie zum Beispiel Fussball spielen. Und das macht mir ziemlich Spass. Als Konstrukteur solltest du ein gutes technisches Verständnis haben. Du solltest gut in Mathe sein, brauchst du ein gutes technisches Vorstellungsvermögen und weil wir eine internationale Firma sind, was Englisch auch verurteilt. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.